Ischildi Temizlik Ischildi Temizlik befindet sich in Istanbul in Türkei. In 1996 die Ischildi Temizlik Firma wurde gegründet von Aisha Axel. Wir bieten unser Service Kleinunternehmen genauso wie Großkonzernen. Natürlich freuen wir uns auch über jeden Auftrag aus dem privaten Bereich. Durch unsere Reinigungspreise sind wir ein idealer Partner um Kosten zu senken und hochwertige Qualität zu erhalten. Ischildi Temizlik Die Gebäudereiniger sind immer die richtige Wahl. Musik 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 Die Beauftragung der Unterhaltsreinigung ist meist ein zeitaufwändiger Schritt, wir helfen Ihnen gerne rein. Musik Die Beauftragung der Unterhaltsreinigung ist meist ein zeitaufwändiger Schritt, wir helfen Ihnen gerne rein. Reinigungskonzepte, Büro und Objektvermessungen durchzuführen. Weiters machen wir Oberflächenanalysen um die effizienteste Reinigung zu garantieren. Wir sind von unserem Reinigungs-Service überzeugt und verzichten auf langfristige Verträge. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Wenn Sie wieder glasklare und schlierenfreie Fenster haben möchten, nutzen Sie unser fachgerechtes und kostengünstiges Service. Bis zum nächsten Mal. Mit unserem Fensterereinigungs-Service reinigen wir unter anderem Wohn- und Bürofenstern, komplette Privathäuser, Reihenhäuser, gewerbliche Hochhäuser, Glasverkleidungen, Glasfassaden und Fensterfronten, schwer zugängliche Stellen, die nur mit Steighilfen erreichbar sind, Windergärten und Glasvordächer, Schaufenster und Auslagen. Mehr zu unserem Glas- und Fensterreinigung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eine professionelle Teppichereinigung hat viele Vorteile. Die Vorteile und die Gründe, warum Sie Ihren Teppichboden oder Ihre Polstermübel mindestens einmal in drei Jahren reinigen lassen sollten. Frischere Raumluft und wohliges Raumklima. Abtötung aller Krankheitserreger und Schimmelporen. Gesundheitsfördernd und motivierend, optischer Effekt durch spezielle Fleckentfernung, Langlebigkeit der Fasern verbessern, wir reinigen ausschließlich mit biologisch abbaubaren Chemikalien, die weder Ihnen noch der Umwelt schaden. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.